Ist deine Webseite auch so klein wenig langweilig? Dann ist dieses Video genau richtig für dich, denn ich zeige dir, wie du mit drei einfachen Animationseffekten das Aussehen und das Feeling deiner Webseite komplett verändern kannst. Hier sollte man allerdings auch nach der Devise gehen, weniger ist mehr. Also bitte nicht deine Webseite nur mit Animationen zuknallen, aber für so eine Prise von wow hast du hier ein paar Beispiele. Los geht's! Die erste Animation, die ich vorstellen möchte, ist die sogenannte Aufklappanimation. Ich möchte den Effekt erzielen, als ob jemand einen Brief öffnet. Ich überlege mir im ersten Schritt, was für Schritte es da drin wären, in diesem Fall sind es drei und gehe dann wie folgt vor, damit ich diesen Effekt erzielen kann. Ich wähle dazu in dem Editor Box das Element Container Box und reihe die nacheinander, füge dann alle Design-Elemente hinzu. In meinem Fall ist es so, dass ich sowohl Text als auch Vektorgrafiken benutzen möchte. Hier ist es wichtig, dass diese Texte an die Box verbunden werden. In der Theorie klappt das gleiche Prinzip auch mit Streifen. Im ersten Schritt bearbeiten wir die oberste Container Box. Dafür klickst du auf Animationen. Ich persönlich bevorzuge hier die Funktion Einblenden. Du kannst in den Animation Einstellungen auch noch die Dauer dieser Einblende Aktion wählen. Wenn du sagst, ich möchte, dass es schneller passiert, dann korrigierst du den Punkt und dann gehst du zu der zweiten Container Box. Wie hier ist es wichtig, dass du die Funktion Einklappen nimmst, wie du siehst, ist der Standard allerdings zum Einklappen von links nach rechts gegeben. Das heißt, der Standard ist meistens so und das ist nicht das, was wir wollen. Es sei denn, du willst einen horizontalen Effekt erzielen. Dafür wählst du hier Einklappen von oben, wie lange es zum Einklappen dauern sollte und eine Verzögerung. Die Verzögerung bezieht sich auf das erste Laden der Seite. Ich persönlich wähle in der zweiten Box eine Verzögerung von 0,2 und gehe dann in zweier Schritten voran. Das bedeutet, ich hatte hier 0,2 wiederum Richtung von oben und jetzt habe ich hier die Verzögerung von 0,4. Alles, was ich jetzt noch machen muss, ist mir in der Vorschau anschauen, ob das alles korrekt ist und somit habe ich ein Einklapp-Effekt. Ein zweiter Effekt, den ich dir gerne zeigen möchte, ist wie folgt. Nehmen wir mal an, du möchtest den Kunden informieren, wie er seinen Salat zusammenstellen kann. Dann kannst du das auch visuell darstellen, dass man nach der Basis halt noch die Gemüse zu dem Salat hinzufügt. Und das erreichst du wie folgt. Du nimmst das Darstellungsbild in diesem Fall, muss aber auch nicht sein, kann natürlich auch ein Text sein. Dann wählst du die Elemente, die erscheinen sollen und klickst hier auf die Animation. Wichtig hier zu verstehen ist, dass die Positionierung der Elemente dort ist, wie sie am Ende erscheinen sollen. Das heißt, wenn mein Effekt von links oben bis an diese Stelle gehen sollte, dann muss ich das Bild der Karotte an die Stelle platzieren. Ich klicke auf Animation, habe mich hier für eine Hinein gleiten, Animation entschieden. Gehe zu den Animationseinstellungen und bestimme hier, aus welcher Richtung dieses Design-Element erscheinen soll. Aus welcher Entfernung, von nah bis weit, wie lange das einblenden dauert und wann es nach dem ersten Laden starten soll. Und genau so gehe ich mit all den anderen Design-Elementen vor und habe am Ende ein solches Ergebnis. Noch ein cooler Effekt, wenn man nicht auf Apps zurückgreifen möchte, ist dieses Vorher-Nachher. In diesem Fall habe ich zwei Bilder. So hat es vorher ausgesehen. Das ist das Endergebnis und ich möchte das auch visuell darstellen und das ist es, wie es aussehen soll. Und zwar erreiche ich das, indem ich dieses Bild unbearbeitet auf der Seite lasse, das zweite Bild, also das Endergebnis in der gleichen Größe. Optimal wäre jetzt natürlich auch der gleiche Fokus. Habe ich jetzt aber auch nicht einstelle, parallel neben dran, klicke wieder auf die Animation, scroll ganz runter auf Enthüllen und gehe auf die Animationseinstellungen und bestimme die Funktionen der Animation. Ich sage, die Enthüllung soll relativ lange passieren. Sie soll ein klein wenig in der Verzögerung sein oder auch nicht. Und das Endergebnis hast du ja schon gesehen. Das sieht dann so aus. Hat dir dieses Video gefallen? Dann freue ich mich über einen Daumen hoch. Subscribe meinen Channel, damit du nichts verpasst. Und falls du Fragen hast, poste diese liebend gerne in die Kommentare. Ich werde sie beantworten, versprochen. Und in diesem Sinne, Let's Wixit, deine Petra.